Jo friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gab jetzt lange kein Video mehr, aber das ist voll okay. Denn heute gibt es schon wieder ein Video. Und das ist falsch für mein Leben. Sie sind geistig behindert. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gehen wir wieder ins Forum. Ihr wisst, ich habe es so mit dem Lesen. Auf jeden Fall hat MSP eine neue Dingsbums hier so gedingst. Fängt ja schon mal gut an, dieser Text. Ach du Scheiße. Kennt ihr das, wenn ihr euch mal wieder voll hässlich fühlt, obwohl ihr täglich Komplimente hört auf euer Äußeres? Ich komme mir momentan wie eine überfahrende Ente. Ach, überfahrende. Letztes Mal ist so eingefallen, dass es Covid-19 heißt, weil es 2019 schon da war. I need help. Ande die das... Lie-kissen... Könnt ihr mir... ...maybe eine FA schicken? Mache Challenge! Ha, 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 ha. Einer Freundin. Wer mehr Freunde in zwei Stunden bekommt, der bekommt ein Trip... ...as... ...assoziore. Also würde ich mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet. Wie hat sich MSP entwickelt? Hi! Gönn WL-Geschön Gönn like of my look Gönnt mir Abonnenten Ah guck mal mit ihr bin ich befreundet Beziehungsweise mit ihm ist es ja ein R Aber ich war mit ihr befreundet Mit ihm Wenn das MSP Geschlecht anders ist als das in real MSP ist sad MSP ist wirklich sad Achso, ich dachte es lädt noch Hier ist ja gar nichts mehr los Ich vermisse die Zeiten wo Noch wohnen Das war wirklich so Damals, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern Ähm War immer so viel im Chat los Es waren keine irgendwelche Pädophilen oder Menschen die Nacktbilder von irgendwelchen Kindern wollten Sondern Da hat jeder mit jedem geschrieben Oder irgendwie Mobbing oder so Damals gab es auch noch dieses Kino Ja, dieses Kino gab es noch Und dort Da war auch immer übelste Shit Da kam immer irgendwelche Musik und so Und dann konnte man so dancen und so Damals war ich aber sehr oft in meinem Raum mit Freunden Und ja Jetzt gucken wir halt nochmal im Chat was so abgeht Ansonsten wenn da nichts abgeht, dann beende ich das Video Ähm Ja Guckt euch das an Da ist Pinky Dingy Du Die rennt gleich weg, weil sie wusste, dass ich jetzt was sage Oh Bad Boy Sag mal diese Someday, den sehe ich doch auch schon wieder hier Bleib hier Nee Ich geh wieder Das wird mir zu fehlen mit euch Ja okay MSP hat auch keinen Bock mehr Deswegen beende ich dieses Video Für alle die neu sind Hier auf meinem Kanal Werden so, so oder so wahrscheinlich welche sein Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert Es ist kostenlos Sag ich bestimmt 50 mal in einem Video Und ich habe übrigens auch ein Instagram-Account Da könnt ihr mir gerne folgen Der Name ist hier eingeblendet Und auch nochmal unten in der Infobox verlinkt Dann Auf Wiedersehen